Hallo zusammen, mein Name ist Ben. Heute in Bens Küche ist Lauchworke. Heute gibt es Lauchgemüse mit Kastanien und Tofu. Ein bisschen pikant. Mag ich jetzt anfangen? Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist fertig, ganz einfach. Vergesst nicht, das ganze Rezept und viele andere Gerichte findet ihr auf unserer Webseite. Der Link steht in der Infobox. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Ihr habt gesehen, diese Rezept war so einfach, oder? Nächstes Mal machen wir Lauchgemüse mit Karotten. Vielen Dank für's Anschauen. Bis nächstes Mal. Viel See! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.